Hallo Leute, ich bin Lu und heute habe ich echt guten deutschen Whisky für euch. Wie ihr gesehen habt, geht es heute um Gillors Single Malt. Der Whisky wird hergestellt von den Gebrüdern Henrich, die ich euch letzte Woche auf meinem Blog vorgestellt habe. Da solltet ihr unbedingt noch mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich habe hier drei verschiedene Abfüllungen von den Jungs stehen. Ein PX Cherry Finish, ein Port Wine Finish und ein P-Tip. Ich bin ganz gespannt, ich fange direkt mal an mit dem PX Cherry Finish. Ich kann euch sogar ein paar Sachen dazu sagen. Wurde hergestellt aus vier verschiedenen Malzsorten, zweifach destilliert im Roh- und Feinbrandverfahren ohne Verstärkerkolonne. Im März 2011 abgefüllt, dann im März 2018. Ist also sieben Jahre alt, wenn ich richtig rechnen kann. Drei Jahre davon lag er im 250er Isla-Fass und die anderen vier Jahre im 500er PX Cherry-Fass. So, ich bin mal ganz gespannt. Ich habe auf der Messe 2018 nur den P-Tip probiert. Also ein kleines bisschen Raucheinfluss erwarte ich jetzt schon durch das Isla-Fass. Sind übrigens, jetzt schaue ich nochmal nach, 43% und es gibt bei kleinen Manufakturen nur 207 Flaschen. Das muss man immer bedenken. Einzel-Fass-Abfüllungen bedeutet, der PX Cherry aus diesem Jahr kann anders schmecken als der PX Cherry aus letztem Jahr. Da sind nicht immer alle Sachen ständig verfügbar. Wie gesagt, vom PX Cherry nur 207 Flaschen. Der ist jetzt in der Nase nicht so, wie man jetzt bei einem Schotten den PX erstmal hat. Der ist ein bisschen holziger. Also ich habe jetzt, ich habe eine hellere Farbe im Kopf. Ich habe jetzt nicht so diesen dunklen, süßen, schweren Wein. Es ist ein bisschen holziger, ein bisschen frischer, eher so Birne. Oder Honig. Und das ist mir schon bei dem Pite-Geloz aufgefallen und hat mir total daran gefallen. Der erinnert mich immer so ein bisschen an Zirbe und Zirbenschnaps. So dieses, dieser frische Waldgeruch. Auch so leicht dieses holzharzige. Und das finde ich hier jetzt auch wieder drin. Das finde ich total cool. So Tanne, Zirbe, sowas in die Richtung. Er schmeckt viel süßer, als er riecht. Geht schon so fast so in so eine Honig-Richtung. Sehr mild, sehr angenehm. Dann wird er ein bisschen fruchtiger, ein bisschen holziger. Dann kommt so eine doch recht frische Schärfe rein. Das werde ich am Ende nochmal gucken, ob die dann immer noch da ist. Oftmals ist es ja so, wenn man dem Whisky dann noch so 10, 15 Minuten gibt, dass diese Schärfe dann total verschwindet. Aber der riecht so stark nach Tannenwald einfach. Das ist so krass. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Weihnachten. Und Weihnachten, Tannen. Ich habe richtig dekoriert. Nach diesem Honig, nach diesem Süßen, kommt so ein bisschen mehr das Holz. Da kommt auch die Zirbe schön durch. Dann wird er ein bisschen sehr herb für meinen Geschmack. Aber ich bin da ja immer ein bisschen empfindlich. Und dann so auf die Länge hinten raus. Eher wieder die Frucht vordergründig. Ja, eher die Frucht wieder. So, das Portwein-Finish. Sowas finde ich auch immer sehr interessant. Hat auch vier verschiedene Malzsorten. Ist zweifach destilliert im Juli 2013. Ich gucke hier wieder auf meinen schlauen Zettel. Abgefüllt im Oktober 2018. Zwei Jahre im Isla, fast drei Jahre im... 225er Ruby Portwein. Ist also fünf Jahre alt. 45 Prozent, 276 Flaschen. Also ein bisschen mehr. Und auch hier habe ich als allererstes wieder diese intensive Note von frischem Holz drin. Obwohl es mich jetzt hier eher sogar ein bisschen an so Schreinerei schon so frisch geschnittenes Holz erinnert. Weniger an den Wald. Das hier war sehr Wald. Und der Port ist eher so Drechselerei, Schreinerei. Ein bisschen tiefer ist er von der Farbe her. Ein bisschen dunkler. Im Geruch. Farbgeruch. Eher so auch ein bisschen trockener. Eher wie so ein... Wirklich wie so ein... Rotwein hätte ich jetzt fast gesagt. Nicht so süßlich auf dem ersten... Auf die erste Nase hin. Auch im Geschmack. Wesentlich weniger fruchtig oder honiglastig, wie ich den PX Cherry fand. mehr wirklich holzig, auch trocken. Jetzt... Mein Mund ist relativ trocken. Wirklich wie so ein trockener Rotwein ein bisschen. Aber kaum Säure, kaum Fruchtsäure. Eher holzig. Und wieder so ein bisschen in die Zirbe reingehend. Und zum Ende hin wirklich ja... Sehr... Sehr trocken einfach. Und noch deutlicher einfach dieser Wald-Zirben-Geschmack, wie ich finde. Aber angenehm. Trotz dessen, dass er mehr Prozent hat, brennt er ein bisschen weniger. Wir gucken mal her. Er hat ja jetzt ein paar Minuten mehr Zeit gehabt, wie es dann am Ende ist. Peated. Ich nehme wieder meinen Zettel zur Rate. Das ist der, den ich auf der Messe probiert habe, bei dem ich... total hin und weg war. Schottisches Torfmalz haben sie dafür verwendet. Mit 40 ppm. Also... So in der Dreh rum wie Artbeck, glaube ich. Zweifach destilliert im November 2012, abgefüllt im März 2018. Ist also fünf Jahre alt auch. Ein Jahr im neuen Bourbon Fass und den Rest im Ex-Bourbon Cask. Also wahrscheinlich ein bisschen mehr süßer, noch holziger. Kann man so aus den Fässern vermuten. Außerdem 42% und 336 Flaschen. Also von dem hier, vom PX Cherry, gibt es nur 200 knapp. Vom Portwein gibt es etwa 270 und hier etwa 330. So als Orientierung, falls jemand Interesse hat, bei Henrichs vorbeizugucken und sich eine von den Flaschen zu kaufen. Kann man übrigens auch online bestellen. Ach, und der ist wirklich... Der ist so... Noch mehr Zirbe, Tanne, Wald, Holz, als die anderen beiden, finde ich. Da fällt es mir auch schwer, das fiel mir auch auf der Messe schon schwer, den Rauchanteil jetzt so rauszuriechen. Zirbe ist natürlich auch etwas Spezielles, was nicht jedem gefällt. Das müsst ihr dann wirklich selber wissen. Aber das riecht schon mehr sogar wie Harz. Also ich finde, Harz ist ja auch etwas sehr angenehmes Riechen. Nicht so cool, wenn man seinen Fingern kleben hat. Aber an sich finde ich Harz jetzt nichts Abstoßendes. Nichts Ekliges. Ich finde es eigentlich sogar ganz angenehm. Und der ist... Natürlich muss man jetzt nur, weil man Islay oder irgendwie Torf gehört hat, nicht mit der Erwartung eines Lafroix oder eines Artbecks da rangehen. Der deutsche Whisky ist noch sehr jung. Wir haben... Wir produzieren einfach noch nicht so lange Whisky. Wir haben noch nicht die Erfahrungen wie die Schotten. Und trotzdem finde ich, ist das ein sehr, 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 sehr guter deutscher Whisky. Da habe ich schon weniger Whisky-artig schmeckende Branderzeugnisse, nenne ich es jetzt mal, getrunken. Der hier hat wirklich am Anfang, finde ich, schmeckt er wie so ein schöner Zirbenschnaps. So ein richtig guter, fein gebrannter. Und dann kommt so ein frischer Moment, so kurze Pause und dann rollt es so ein bisschen. Es kommt schon dieses Rollen von dem Rauch an, was man von den schottischen getauften Whisky kennt. Es ist natürlich bei weitem nicht so intensiv, aber es ist auf jeden Fall da. Und das finde ich super, super schön. Die Zirbe ist ja halt auch total mild, total angenehm. Kaum, also wirklich gar nicht bitter. Super schöne Holznote dazu. Und dann kommt so ein bisschen hinten raus, der Rauch angeschlichen, nähert sich so ein bisschen. Und am Ende habe ich schon so diesen würzig-rauchigen Geschmack auf dem Mund, der zurückbleibt. Also ja, es ist ein deutscher Whisky, aber ein sehr guter deutscher Whisky. Jetzt muss ich natürlich sagen, welcher von den dreien mir am besten gefällt, Preis-Leistungsverhältnis würde ich hier jetzt mal außen vor lassen. Einfach aus dem Grund, weil 60 Euro, 50 Euro, 60 Euro, ungefähr gleiche Kategorie von Preis. Und es ist eine Whisky-Manufaktur. Die stellen in kleinsten Mengen her und experimentieren. Sie versuchen irgendwie eine Basis für deutschen Whisky zu schaffen. Und sich diesem ominösen Thema zu nähern, was auch so einem... Also ich finde, als ich angefangen habe mit Whisky trinken, hatte deutscher Whisky einen richtigen Image-Schaden. Also es hieß so, deutscher Whisky ist total eklig und du-du-du-du. Und dann mit der Zeit habe ich richtig gemerkt, wie die Leute weiter probiert haben und trotzdem dran geblieben sind. Und inzwischen richtig, richtig schöne Sachen da auch herstellen. Auch dem Whisky die Zeit geben, zu lagern. Und bei dem merkt man einfach, es ist schon was sehr Gutes bei rausgekommen. Ich muss jetzt nochmal durchprobieren, um festzustellen, welcher mir am besten gefällt. Und ich versuche jetzt mal meine Petit-Vorliebe aus dem Objektiv zu betrachten. Der ist jetzt ein bisschen schokoladiger geworden. Witzig. So mit der Zeit. Es ist weniger die Frucht. Die Frucht ist total hintergerutscht. Und das ist jetzt sogar eher schokoladig, so wie Bitterschokolade. So wie, ich weiß nicht, kennt ihr diese schwarze Herren-Tafel-Schokolade? So in die Richtung erinnert mich das gerade. Und auch im Geschmack ist er wesentlich schokoladiger, dunkler, runder geworden. Oh ja. Hinten raus immer noch sehr herb. Das ist nicht ganz so mein Ding einfach. Sehr holzig, sehr herb. Mit der Zeit, finde ich, wird eher schokoladiger. Der Portswein ist vom Geruch her, finde ich, jetzt sich ähnlich geblieben. Hat sich jetzt nicht großartig verändert. Ein bisschen fruchtiger ist er geworden. Ja, der ist noch genauso, wie gerade eben. So ein bisschen Schreinerei und holzig. Nicht unbedingt jetzt super tief und fruchtig, aber trocken. Holzig, wie gesagt. Die Zirbe ist auf jeden Fall mit drin. Aber nicht so fruchtig, wie ich jetzt erwartet hätte von einem Port. Und nochmal der Petit. Die Zirbe wird intensiver. Und irgendwie so ein bisschen weihnachtlich. So, wie beschreibe ich das? Habt ihr auch früher so, oder vielleicht macht ihr das heute noch, so Gestecke selbst gebastelt, so Adventsgestecke. So richtig mit Tanne und dann klebt er noch dazu Orangenscheiben. Und also diese Geruchskombination, Weihnachtsfeier und Basteln aus meiner Kindheit kam jetzt mir hier gerade so in den Sinn. Und die Zirbe ist im Geschmack am Anfang immer noch sehr deutlich. Dann kommt diese kurze Pause, die so ein bisschen von einem leichten, ethanolischen, hallo, Aufflammen begleitet wird. Aber wirklich minimals. Und dann kommt so ganz dezent der Rauch daher und sagt so, hallo, hier bin ich. Ja, ist natürlich auch immer schwer. Ihr seht, da liegen teilweise fünf Minuten dazwischen, dann verändert sich der Geschmack. Das kann auch daran liegen, dass ich jetzt andere Sachen getrunken habe. Dann ist der erste Schluck des Abends ja auch immer entscheidend. Wir verkosten ja aber auch nicht unter Laborbedingungen. Das muss man auch immer bedenken. Mein Favourite ist trotzdem der Petit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein Liebster ist der Girl Lost Petit, der Kleine hier. Mein zweiter Favorit, oh jetzt wird es schwierig, ist sogar eher, ich muss nochmal dran riechen. Ist jetzt so nach der gewissen Zeit sogar eher der Sherry-Finish, weil er für meinen Eindruck schokoladig ist. Das kann jeder auch anders empfinden. Für meinen Eindruck ist der Sherry, wie gesagt, ein bisschen schokoladiger. Und der Portwein ist ein bisschen trockener, professioneller, würde ich ihn jetzt beschreiben, so von der Art. Und der ist so ein bisschen flippiger, also nicht moderner, aber fruchtiger, so ein bisschen mehr so der Hipster. Und wie gesagt, also der Petit ist mein Favorit. Ich kann euch trotzdem alle drei empfehlen. Ich würde euch auch anraten, alle drei zu probieren. Gebt Deutschen Whisky bitte eine Chance. Ich habe es auch getan und ich bin positiv überrascht worden. Und danke natürlich nochmal an euch beide, dass ihr mir die Samples zur Verfügung gestellt habt. Und dass ich eure Brennerei vorstellen durfte. Das war Gillos Single Malt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Sláinte! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Gillos und Whisky allgemein für euch. Und bis dahin, Sláinte!